Der Big & Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big & Sports Podcast. Heute mit Jürgen Porath, der Jugendhausleitung von Borussia Dortmund und Autorin zum Thema Jugendbetreuung. Wie wird mein Kind am besten Profi-Fußballer oder was Vernünftiges sozusagen? Hallo. Hallo, Patrick. Aber vorweg darfst auch du die drei Fragen beantworten, die hier jeder beantworten darf. Okay. Die erste wäre dann, wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten? Ach, du ratest nicht. Der größte Sportler aller Zeiten? Usain Bolt fällt mir gerade ein. Usain Bolt. Ja, der macht auch ganz coole Werbung, habe ich letztens gesehen. Und dann habe ich ihn noch nicht gesehen in der Werbung. Aber egal. Ja, wo alle langsam sind und nur eher schnell so ungefähr. Ah, okay. Dann die zweite Frage. Was ist für dich das größte Sportereignis, an dem du je teilhaben durftest? Also es zählen auch Bundesjugendspiele. Den ich persönlich jetzt, also wo ich mitgemacht habe. Du kannst auch im Fernsehen geguckt haben, wie die elf Sekunden von Mike Tyson oder irgendwie sowas. Okay. Das größte Sportereignis. Boah, ich war letztens gerade beim Borussia im Sport im Siegfried-Dunner-Park und durfte mir das Champions-League-Spiel gegen Paris angucken. Da warst du einer von den fünf Leuten, die da mitgucken durften. Nein, das war ja noch vor Corona. Ja, ich weiß. Und die letzte Eingangsfrage ist immer, was ist neben deiner Sportart, also jetzt gerade Fußball in dem Moment, deine andere Passion, Lieblingssportart? Reiten. Springreiten. Okay, cool. Hatten wir letztens auch einen Podcast zu. Ach, super. Ja. Nun bist du ja Jugendhausbetreuerin im Nachwuchsleistungszentrum des BVBs. Du hast ja viel mit Eltern, Spielern, Beratern, Tanten, Onkels, alles, was da so um so ein Spieler rumkreucht und fleucht zu tun. Wie läuft das denn, in so einem Jugendhaus beim Nachwuchsleistungszentrum zu leben für so einen Spieler normalerweise ab? Ist das wie Jugendherberge? Bitte? Ist das wie Jugendherberge? Ja, da gibt es so und solche. Es gibt die Aufbewahrung. Ich habe mir nun schon ein paar NLZs angeschaut und auch die NLZs angeschaut. Es gibt die Aufbewahrungsversion und dann gibt es die Version, die wir jetzt anstreben. Aufgrund von Personalstruktur im Augenblick noch ein bisschen mau, aber das ist das, wo wir hinwollen. Wir haben tatsächlich uns um die einzelnen Spieler auch richtig kümmern zu können. Also mit Persönlichkeitsentwicklung und vielen Einzelgesprächen und vor allen Dingen auch kümmern um die Eltern, also auch um das nahe Umfeld. Weil mein persönliches Steckenpferd ist, den Spieler komplett zu sehen. Und nicht nur zu sehen, ich habe hier einen 15-Jährigen oder 18-Jährigen, der allein durch die Gegend tobt, sondern der hat ja auch ganz viele Leute im Hintergrund, Leute, die um ihn herum toben. Und das Umfeld ist mir sehr wichtig, weil ich weiß, wie sehr das beeinflusst. Okay, das mit der ganzen Persönlichkeit ist ein gutes Stichwort, wenn aus unserer Erfahrung, wissen wir ja auch und du natürlich auch, das läuft ja meistens so, ey, der kann gegen den Ball treten. Wir decken den in ein Nachwuchsleistungszentrum und hoffen, dass am Ende was Vernünftiges bei rauskommt. Genau. Siehst du, dass das in der Mehrzahl so ist oder ist das eher eine Minderheit, die so versucht zu funktionieren, sage ich mal? Das ist ein ganz interessanter Punkt. Das ist eigentlich gerade schon wieder ein Umschwung. Also ich habe gerade so erlebt, dass die, also unsere Spanne ist ja von 13 bis 14 und wir haben gerade so erlebt, dass die Älteren tatsächlich erlebt haben, dass sie abgegeben worden sind. Und bei den Jüngeren erleben wir jetzt, also bei den ganz Jungen erleben wir jetzt, dass die Eltern sich wieder ganz vermehrt Gedanken darüber machen, ist das richtig, in so einer Zeit abzugeben? Ist es richtig, jetzt schon den Schritt zu machen? Ist es richtig, da die Verantwortung abzugeben, zumindest ein Stück weit abzugeben? Also die Eltern von den Jüngeren machen sich im Augenblick mehr Gedanken, als die von den Älteren es je gemacht haben, habe ich so den Eindruck. Okay. Meinst du, das liegt an der Tatsache, dass die Eltern mitbekommen haben, es gibt auch noch andere Wege? Oder der statistische Wert, Fußballprofi zu kommen, endlich auch bei den Leuten angekommen ist, dass der irgendwo unter 1% liegt? Oder wo dran? Zum großen Teil erlebe ich das tatsächlich, dass auch immer wieder der Satz kommt, naja, wenn das denn klappt oder ja, es ist ja noch ein sehr weiter Weg. Wie weit das nun einfach nur Floskeln sind oder die Leute wirklich das meinen, dass das ein weiter Weg ist und das auch sehen, dass es ein weiter Weg ist, wage ich gar nicht zu beurteilen. Das ist nicht mein Job, aber ich finde es schon mal sehr interessant, dass sie sich viele Gedanken darüber machen. Ja, das ist auf jeden Fall mal ein Schritt nach vorne, als die Kinder in der Fußball-OGS abzugehen. Ja, genau. Jetzt ist halt die Frage, wenn du ein Kind hast, was einigermaßen gut kicken kann, oder es gibt ja auch andere Sportlern, die sowas wie Nachwuchsleistungszentren und so weiter haben, läuft das ja hier in Deutschland, irgendjemand entdeckt ist oder findet es gut und dann geht es in irgendeine Mannschaft, in irgendein Nachwuchsleistungszentrum und vielleicht hinten raus wird es dann irgendwann mal Profi. Eventuell, unter Umständen, mit viel Glück. Mit vielen glücklichen Umständen, ja. Wie siehst du denn das, inwiefern sind Eltern von Kindern, die einigermaßen gut einen Sport betreiben, sage ich jetzt mal global, drei darauf vorbereitet, was denn das alles für eine ganze Familie und so zu tun hat? Weil das ist ja nicht nur, wie du gerade sagst, sie geht mein Kind da ab und viel Spaß und am Ende kommt ein hochbezahlter Millionär dabei raus. Sogar sehr unwahrscheinlich, dass der dabei rauskommt. Ja, inwiefern sind die da drauf vorbereitet, was da alles mit zusammenhängt, wer dann alles auf einen zukommt, was für neue beste Freunde man dann hat und so weiter und so fort? Gar nicht. Sie sind wirklich gar nicht darauf vorbereitet, sondern kommen dann hier mit Fragen an, gerade auch, weil ja viele Leute auf sie zukommen und auch die neuen besten Freunde, die dann ankommen. Wie läuft das mit einem Berater? Wann braucht man den Berater? Wann ist der Schritt in der NLZ sinnvoll? Wann soll man überhaupt den Verein wechseln vom Dorfverein zum größeren Verein und so weiter? Also eigentlich habe ich noch keinen Elternteil erlebt, was da wirklich drauf vorbereitet war. Nicht eingeschlossen, ich hatte auch keinen Schimmer, musste mich auch langsam durcharbeiten durch den ganzen Spaß. Ja, dazu kommen wir nachher noch zu deinen Erfahrungswerten, weil die waren ja groß, sage ich mal. Ja, langwierig. Oder sind noch groß und langwierig. Ja. Ja, wie denkst du denn, also bei dem Stichwort Dorfverein und dann weg in ein NLZ oder zumindest in eine Großstadt oder so, was denkst du denn da, so ungefähr ist das Alter oder die Situation, in der man da als Eltern und das Kind natürlich sofort, wenn ein größer Verein anklopft, ist der sofort dabei, aber da affektiv drüber nachdenken sollte? Was man so genau hier... Wer sich darüber Gedanken machen sollte, ob das jetzt der richtige Schritt ist, dass man den Schritt auch macht oder weiter beim FC Schöndorf oder so bleibt? Ich glaube, das ist ganz individuell vom einzelnen Spiegler abhängig. Also es gibt 13-Jährige, die kannst du in ein NLZ stopfen und die sind Feuer und Flamme und sie ziehen das ganze Ding bis zum Ende durch. Und dann hast du 16-Jährige, die sind noch nicht bereit dafür. Da muss jedes Elternteil wirklich schauen und ich bin ein ganz großer Freund vom Bauchgefühl. Ich finde, jeder muss an dieser Stelle tatsächlich sagen, ja, das ist für mich gut und die Eltern müssen sagen, das ist richtig gut. Und wenn alle sich einig sind, dann denke ich, kann man den Schritt gut machen. Okay. Nun ist ja so, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass auf solche Eltern und solche Spieler dann Gott in die Welt zukommt und sagt, ich bin von, keine Ahnung, dem größeren Verein, jedem größeren Verein, ich bringe dich da unter. Meistens ohne, sag ich mal, Handwerksausweis oder Beweis, dass die da mehr haben als eine Dauerkarte. Wie können Eltern sowas denn verhindern, dass das im Prinzip nur ein Dauerkarteninhaber für Stehplätze ist, der sagt, ich bringe dich da groß raus und ja, auf den richtigen, ja, nicht reinfallen, aber auf den richtigen Treffen dann? Das bedarf ein bisschen Arbeit, ein bisschen Recherche, auch individuell. Also ich glaube, man findet denjenigen auch nur wieder dadurch, dass man sich ein paar anschaut, ein paar größere Agenturen sich auch anschaut. Also die Leute, zu denen ich Vertrauen hätte, die sind eigentlich alle in einer etwas größeren Agentur runtergebracht und da kann man dann schon mal nachgucken bei Transfermarkt.de oder auch im Internet sich mal durchforsten nach Beratern und dann gucken, wo sind die eigentlich runtergebracht, sind die angebiedert irgendwo. Und dann würde ich mich mit denjenigen, den ich jetzt so sympathisch finde, erst mal zusammensetzen und mal beschnuppern, wirklich im wahrsten Sinne beschnuppern. Und auch die Kinder sollten denjenigen, den Anwärter mal beschnuppern und auch allein mit ihm sich ein bisschen treffen und mal gucken, ob das passt oder nicht. Haben denn diese Berater deiner Meinung nach oder erfahrungsgemäß schon einen Plan, wenn man sich das erste Mal mit denen trifft, wer das Kind ist, wohin der gehen könnte, was mit dem irgendwann passieren könnte oder ist das nur dieses wirklich, ich bringe mich groß raus und wir machen viel Geld? Ich erwarte es von einem Berater, der meinen Kind rausbringen will, dass er sich vorher ganz klar informiert hat und auch weiß, welche Möglichkeiten und Chancen für diesen Einschätzchen auch gerade da sind. Also das kannst du ja auch schon ein bisschen abchecken, wie weit er möglicherweise kommen kann. Und ich will mich niemals mit irgendjemandem treffen, der einfach nur sagt, also diese Versprechung einfach macht und sagt, ich gebe dir noch ein Handy dazu und ich habe noch einen Auslöservertrag dazu, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was du wirklich gemacht hast, wo du herkommst. Das erwarte ich von einem guten Berater, dass er sich da vorher informiert hat. Okay, also das ist schon mal einer der Faktoren, wo man es unterscheiden kann von dem Typen mit dickem Auto, dunklem Anzug und ich bringe mich ganz groß raus zu dem Seriösen, auch wenn er nur Käfer fährt oder sowas. Das ist egal. Das sehe ich genauso. Weil die, also ich gehe auch öfter mal zu so größeren Jugendturnieren und da kannst du die Uhr nachstellen, setze mich mal gerne mit einem Kaffee und einer Bratwurst auf die Tribüne und warte darauf, dass die ganzen dicken schwarzen Autos mit den ganzen Typen im Schwarzen Anzug kommen, die dann wahllos Visitenkarten verteilen, weil dann weißt du, so, hier bist du richtig, hier möchte jeder hin, hier gibt es irgendjemand, der kann was. So, ich habe letztes Jahr, das kann ich dir noch einmal schnell dazwischen schieben, ich habe letztes Jahr eine Unterredung von meinem Vater gehabt, der genau das erzählt hat. Da wurde er angesprochen oder angerufen, weiß nicht, und jemand hat sich mit ihm verabredet. Und dann kam er zu diesem Treffen und dann fuhr er in den dicksten Autohor, was man sich vorstellen kann, und stieg in seinem dicken Anzug aus und traf nun auf jemanden, der völlig natürlich ist und reifend lieber wegredet. Und er hat ihm gleich gesagt, also vielen Dank für dich, aber wir passen nicht zueinander. Ja, das kann ich dann noch sehr aufschlussend sein, das hätte ich ihm auch so unterschrieben. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ich meine, vor allen Dingen, die Visitenkarten, die dann verteilt werden, liegen nach dem ersten Spiel, so zu mir, in irgendeinem Mülleimer. Ja. Weil die Spiele, also ja, ich habe schon einen, oder gerade bei englischen Klubs dann, ich habe schon einen Profi vertragt, ich brauche dich nicht. Okay, ja. Und so weiter, weil die kriegen ja schon einen mit 17 um die Ohren gehauen. Wir machen dann jetzt kurz Werbung und dann sind wir wieder da und reden weiter über das interessante Thema der Ausbildung von Fußballtalenten oder Sporttalenten allgemein. Bis gleich. Willkommen bei Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Werktag 7.07 Uhr liefern wir euch, Malte Asmus und Andreas Wurm, um die Themen, die zum sportlichen Tagesgespräch werden. Tagesaktueller Sport und spannende Themen aus der Sportgeschichte. Mein Morgen hat ein neues Ritual bekommen. Stand jetzt. Wir freuen uns auf uns. mein-sport-podcast.de Überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder mit Jula Porath, der Jugendhausleitung des BVBs und Autoren und reden über die Ausstellung von Sportlern zu Profis und ja auch der Ausbildung des Umfelds von solchen Talenten. Du hast ja mal geschrieben und das ist auch so eine Sache, über die du gern redest, beziehungsweise über die dir auch Seminare gibst, dass du oder dass man die Eltern dieser Fußballtalente auch ausbilden müsste. Was meinst du damit genau? Ich meine, die brauchen jetzt nicht Fußball zu spielen. Nee, die brauchen nicht Fußball zu spielen, aber das wird häufig unterschätzt, wie groß der Einfluss der Eltern ist auf die Karriere der Jungs, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Und an vielen Stellen begegnet einem im Nachwuchsleistungssport, dass Eltern ganz schlecht angesehen sind, weil sie aufgrund davon, dass sie eigentlich gar nicht wissen, wie sie sich förderlich verhalten können, sich in einer Form verhalten, die eben nicht förderlich ist, für den Jungen, für den Sport auch tatsächlich erfolgreich zu werden. Und ich glaube, es ist tatsächlich keine böse Absicht der Eltern, sondern sie wollen ja auch wirklich das Beste für ihr Kind, aber dass sie nicht wissen, was eigentlich an Anforderungen für sie bestehen, wie sie ihrem Kind wirklich helfen können, ja, schießen sie häufig übers Ziel hinaus oder machen auch zu wenig. Was meinst du mit, die Eltern machen Dinge, die dem Ganzen nicht förderlich sind? Was sind da, gibt es da Beispiele oder Dinge, die gefühlt immer passieren? Ja, es gibt viele Beispiele, aber es sind immer dieselben. Und das ist auch, kenne ich auch aus anderen Sportarten. Also Eltern, die schon während der Wettkampfsituation versuchen, in den Wettkampf einzugreifen, gibt es ganz häufig Leute, die an der Seitenlinie ihre Kommandos reinbrüllen und den Trainer teilweise auch übertönen. Dann gibt es Eltern, die direkt in der Halbzeitpause oder auch direkt nach dem Spiel, also das ganze Ding jetzt analysieren und dem Kind keine Ruhe gönnen, sondern gleich sagen, also das hast du nicht gut gemacht und dies hast du nicht gut gemacht und warum hat der Trainer dich jetzt ausgewechselt, da hast du keine Leistung gezeigt und so weiter. Und sie bauen einen Druck auf, mit dem ein Kind gar nicht umgehen kann. Auch das machen sie ja, um das Kind zu fördern, aber der Schuss geht ganz, ganz häufig nach hinten los. Also quasi schlimmer, als wenn du eine gute Schulnote hast, gibt es einen Keks, der Druck so ungefähr, das ist ja der Grund, warum in anderen Ländern, in Nachwuchssportarten wie zum Beispiel in Kanada beim Junioren- oder Jugendeishockey, die Eltern tatsächlich draußen bleiben müssen, weil das ja da regelmäßig eskaliert ist. Was hältst du von solchen Maßnahmen? Das finde ich super schade, weil es kann ja auch genau andersrum laufen. Es kann ja auch so sein, dass ein Kind besser spielt, weil der Papa dabei ist oder seine Mama lange nicht gesehen hat und jetzt die Mama stolz machen will oder den Vater stolz machen will, dass es auf dem Spielfeld steht und seine Einsatzzeiten hat. Also es gibt eben, das Pendel schlägt mal in die eine und mal in die andere Richtung aus und ich finde es ganz grundverkehrt, die Eltern komplett auszuschließen. Und solche Tendenzen gibt es ja hier auch schon bei uns in Deutschland, dass Eltern außen vor sind und nicht eingeladen werden zu spielen oder weit weg vom Spielfeldrand bleiben müssen. Das liegt einfach nur darum, dass die Eltern nicht gebrieft werden. Wie meinst du denn, dass man oder wann, sagen wir es mal so, wann und wie könnte man die Eltern denn richtig briefen bzw. den nahe legen, wie man sich vernünftig verhält? Weil ich sehe das genauso. Also es ist ja meistens böse Eltern, gute Eltern und hängen tut das Pendel sehr selten. Und der eine oder andere braucht auch mal den Zuspruch der Eltern von draußen und der eine oder andere, dem ist das komplett Latte, aber auch eben nicht immer. Deswegen, wie denkst du, wann man und wie man dieses Briefing der Eltern anbringen sollte? Direkt, wenn die Kinder anfangen, Fußball zu spielen oder erst, wenn die schon im NLZ sind oder dazwischen? Also man begegnet auch schon Eltern von Siebenjährigen, die auch so schon drauf sind, wie Eltern, die um 19 geht. Also ich würde dafür plädieren, so früh wie möglich, möglichst schon in den ganz kleinen Vereinen, wo die Kinder zuallererst auflaufen, dass man von vornherein den Grund legt, also den Grund legt, indem man die Eltern schult und sagt, also herzlich willkommen bei uns im Verein und wir stellen uns das hier so und so vor, ihr helft euren Kindern auch die und die Art und Weise und dann Schritt für Schritt mit den Eltern immer kontinuierlich weitergeht. Und sobald man merkt, da kommen irgendwie komische Strömungen auf, dann gleich wieder die Eltern schulen, aufmerksam machen. Viele Eltern merken das gar nicht. Also meinst du, es sollte neben den Trainer für die Fußballspieler, für die Torhüter, der Kondition und Athletik und was weiß ich alles, auch noch sozusagen Elterntrainer geben, die dann auch so ein bisschen ein Auge drauf haben, dass die nicht alle fünf Minuten ausrasten oder vielleicht auch gar nichts sagen? Genau. Okay. Also du brauchst dich ja nur selber zu beobachten, wenn du dich an ein Spielfeld dran stellst. Es ist hochinteressant, sich mal zwischen die Eltern zu stellen und einfach mal die Ohren aufzumachen. Ich weiß. Und dann daraus kannst du ja schon, weiß ich nicht, jedes Vierteljahr dich mal einmal bei einem Verein hinstellen und hören und dann merkst du die Strömungen, die da sind und dann kann man darauf aufmerksam machen während eines kleinen Elternabends. Oder was wir jetzt hier machen werden in der dunklen Jahreszeit, wenn die Eltern zum Training oder auch vor dem Spiel kommen und es ist kalt draußen, die frieren. Dann gibt es bei uns dann demnächst ein Elterncafé, wo die Leute vor dem Spiel oder auch während der Trainingszeiten einfach hinkommen. Und da kriegen die immer so einen kleinen Input von uns. So eine kleine Elternakademie werden wir hier aufzumachen. Das ist cool, weil aus eigener Erfahrung kenne ich das. Du berätst einen Spieler oder du guckst dir Talente an, weil du da eingeladen wurdest oder da weißt, dass da ist ein Talent, mit dem du in Kontakt bist und was machen willst. Und dann stehst du da draußen, bist der Einzige, der gefühlt nicht einen von den 22 Spielern permanent anfeuert, schreibst vielleicht auch mal was auf, dich ruft auch mal jemand an und du gehst ans Handy und drückst es nicht weg. Und nach ungefähr, im Sekundenbereich ist das, kriegt die Hälfte der Eltern mit, der ist was, was nicht Eltern ist. Und dann wird über dich geredet, dann wirst du auch angesprochen und irgendwann ist es so eskaliert, dass du dem Spiel und dem Talent, was du da angucken möchtest, also kaum noch folgen kannst. Meinst du dieser Fokus auf, da ist oder ist jemand Besonderes, der macht irgendwas, der will irgendwas von den Eltern? Ich versuche meinem Kind dazu helfen. Ist der gut oder schlecht für das Kind? Oder ist das schon dieser Schritt zu viel? Das ist der Schritt zu viel, weil wenn man sich so ein bisschen ja in diesem Bereich auskennt, dann weiß man, gute Kinder stehen ja unter Beobachtung oder talentierte Kinder, sage ich jetzt mal so, nicht gut, talentierte Kinder stehen ja unter Beobachtung schon von ganz klein an, weil alle nach diesen Talenten nun explizit suchen. Und also ich brauche mir überhaupt keine Sorgen zu machen, wenn mein Kind wirklich richtig talentiert ist, dann werde ich angesprochen und dann wird das Kind irgendwann angesprochen zur richtigen Zeit oder wohl eher auch zu früh, als dass ich mir Sorgen machen muss, dass es nicht angesprochen wird. Entspannung. Ich finde, Entspannung ist total wichtig und je entspannter man an die ganze Sache rangeht, umso mehr Spaß hat das Kind und je mehr Spaß das Kind hat, umso besser wird es auch. Ja, sehe ich ähnlich. Vor allen Dingen, dir vergeht, je mehr du angesprochen wirst, quasi auch die Lust an dem Talent, selbst wenn es der größte Fußballer aller Zeiten ist, weil du dir dann ungefähr ausrechnen kannst, was kommt, wenn du mit dem arbeitest. Dann redest du wahrscheinlich mehr mit den Eltern als mit dem Jungen. Wie siehst du das denn? Kann man dann schon bei dem Berater erkennen, dass man die Finger von dem lassen sollte, wenn der Klassiker, der Junge kommt oder das Kind kommt aus der Kabine und wird direkt angesprochen oder der, der dann per Facebook oder Instagram anmailt oder der, der die Eltern anruft. Was denkst du, ist da der beste oder netteste Weg, sage ich mal? Persönlich. Also wenn ich mir so vorstelle, ich stehe am Spielfeldrand und dann kommt ein netter Mensch auf mich zu, der mich fragt, ob ich nach dem Spiel, weil ich nämlich am Spiel selber ja auch insofern teilnehme, als dass ich gerne gucken möchte, was mein Sohn da macht, der nach dem Spiel sich mit mir verabredet und sagt, ich würde gerne mit Ihnen mal sprechen. Das fände ich am allereinfachsten und am sympathischsten, weil du den Menschen direkt vor dir hast, vielleicht beschnuppern kannst und gleich sehen kannst, ist er das oder ist das jemand, mit dem du dir das vorstellen könntest, auch zusammenzuarbeiten. Ja, weil da gibt es ja verschiedenste komische Methoden, an Talente heranzukommen. Ja. Da ist das Anschreiben über Facebook, glaube ich, noch mit das salonfähigste von den zwielichtigeren Methoden. Da sehe ich auch so, die Eltern den Kontakt, die Erziehungsberechtigten, Vertrauten immer mit einbeziehen und dann nachher beim Gespräch auch immer darauf achten, dass diese Vertrauensperson dabei ist und selbst wenn es der Friseur ist, was es auch geben soll, habe ich mir sagen lassen. Okay. Ja, ohne Flachs haben wir schon erlebt. Und sprichst du dich ja halt für die Ausbildung von Eltern, von den Talenten aus, inwiefern müssten Trainer, und das wirklich schon auf dem Dorflevel, wo ja manchmal auch der Trainer der Vater ist oder so, besser auf den Umgang mit Vertrauenspersonen, Eltern, Erziehungsberechtigten vorbereitet sein oder meinst du, das ist okay so? Ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Man kann dadurch auch sich das Leben leichter machen. Also ich plädiere auch immer dafür, dass es einfach gehen muss. Und je mehr ich die Eltern mit einbeziehe, bis zu einem gewissen Grad natürlich, also ich darf jetzt auch nicht jede Woche einen Elternabend machen, aber wenn die Eltern sich wertgeschätzt fühlen, dann sind sie auch bereit mitzuarbeiten, auch sich mal zurückzunehmen und vor allen Dingen, wenn sie ein Vertrauensverhältnis zum Trainer aufbauen. Und das kann man, indem man einfach die Eltern mit einbezieht und macht sich dadurch das Leben deutlich einfacher, behaupte ich jetzt mal so. Meinst du, das sollte individuell in den Nachwuchsleistungszentren, in den Vereinen mit den Trainern passieren oder ja, cleverer oder organisatorisch beste Weise bei einem Trainerlehrgang, dann auch schon bei den niederen bis zu den oberen durchgehend? Dass man darüber was erzählt? Ja, dass man den Eltern, den Lehrern beibringt oder den Fußballlehrern, Trainern beibringt, wie man mit Eltern umgehen könnte und sie auch wertschätzen könnte. Unbedingt, unbedingt. Weil je mehr Input ich an dieser Stelle vorher habe, umso besser kann ich ja einschätzen, wenn Eltern XY auf mich zukommen oder ich mit Eltern XY am Spielfeld dran zu tun habe oder in meiner Elternschaft, wenn ich darüber schon mal was gehört habe und weiß, ach ja, okay, das ist also diese Schublade, da hätte ich vielleicht die Möglichkeit, den Hebel da anzusetzen, dann macht man sich das auch leichter, klar. Okay. Was hältst du eigentlich von der Variante, der Vater ist gleichzeitig der Trainer, was ja viel in den unteren Vereinen so ist, hältst du das für gut oder eher schwierig? Kommt ja auch wieder aufs Kind und auf den Vater drauf an, wie die so harmonieren. Und auch, wie professionell, jetzt in Anführungsstrichen, wie professionell sich der Vater verhält. Kannst natürlich den Vater haben, der seinen Sohn ständig vorzieht. Kannst aber auch den Vater haben, der aus Sorge, dass er im Gegenwind von den Eltern bekommt, seinen Sohn lieber auf der Bank lässt, als dass er ihn mit einbezieht. Ist also für beide kein guter Weg. Unbedenklicher finde ich natürlich, wenn der Vater nicht der Trainer des Sohnes ist. Aber auch da kann es gute Konstellationen geben. Bis zu dem Punkt, wo der Junge sagt, ich möchte nicht mehr. Aber es ist eher, sehe ich ja auch so, die Ausnahme, weil der Mittelweg ist, glaube ich, echt das Schwierigste. Also entweder machst du dein Kind die ganze Zeit fertig oder du lebst dein Kind über den grünen Klee. Und dazwischen, der Weg ist halt schwierig, vor allen Dingen, wenn du den dann noch nach Hause fahren darfst. Und das ist voll in die Hose gegangen. Musst du dich halt auch noch die halbe Stunde zurückhalten und beim Abendessen und so weiter. Dann kannst du dein Kind ja nicht entweder loben oder vielleicht, man muss das dann halt trennen. Das ist, glaube ich, einfacher, wenn du als Elternteil nicht noch Trainer bist. Also da muss man jedenfalls sehr, sehr reflektiert sein. Also das ist schon hochprofessionell, finde ich. Dann hast du auch in dem Dorfverein wahrscheinlich auch nichts mehr verloren. Du solltest besser zu höheren Aufgaben gehen, wenn du das gut kannst, denke ich. Wir machen jetzt wieder Werbung und danach kommen wir zurück, reden auch mal über deine Erfahrung als Mutter von einem NLZ-Kind sozusagen. Und ja, du machst ja auch noch ganz viel Seminare und schreibst auch über deine Erlebnisse. Bis gleich. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren. Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen? Oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden? Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent. Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders. Hallo, da sind wir wieder mit Julia Porath, Jugendhausleitung des BVBs und Autorin zum Thema Erförderung von Talenten, Umgang mit Talenten und Trainern und der ganzen Situation, wenn man ein talentiertes Kind hat in Sachen Fußball oder anderen Sportarten. Nun sagtest du ja bereits, dass du den ganzen Kram selber schon hinter dir hattest oder immer noch drin bist. Wie war das denn für dich? Dein Sohn hat wahrscheinlich am Anfang auch eher im Hinterhof gekickt und mittlerweile bei, wenn ich richtig informiert bin, Holstein Kiel, was ja ein größerer Hinterhof ist. Ja, ein bisschen größer schon. Also ich muss dazu sagen, sowohl mein ehemaliger Mann als auch ich, wir hatten überhaupt keine Ahnung von Fußball, wirklich. Ich hatte keinen Schimmer, habe auch immer gesagt, in meinem Leben möchte ich nie, nie, nie bitte Fußballermutter sein, weil du jeden Samstag oder Sonntag da am Spielfeldrand stehen musst und frieren musst und es ist kalt und nass in Norddeutschland und wir haben ja in Norddeutschland lange gewohnt. Irgendwann hat sich das dann doch so ergeben, da guckt man ja dann, was die Kinder doch so gerne möchten und dann beugt man sich dem. Und so sind wir dann da reingeschlittert. Ja, der hat natürlich, wir haben viel im Garten gekickt, ich musste auch immer mit ran und auf der Straße gekickt und so weiter und dann fing er im Dorfverein an. Genau, aber das war auch so ein bisschen mehr zufällig, er hat einen Jahrgang höher dann gleich gespielt, weil ich keine Ahnung von Jahrgang hatte und einfach ihn habe mitgehen lassen mit einem Nachbarsjungen, den er gut kannte. Und ja, nachdem er dann das Probetraining da gemacht hat und drei Wochen vergangen waren, wollte der Trainer ihn auch nicht mehr runtergehen lassen in den richtigen Jahrgang und so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Und dabei hast du da die Fehler gemacht, die du jetzt überall siehst oder sind dir die aufgefallen und sagst, ich mache das anders und es läuft runder oder wie bist du dazu gekommen, erst mal Jugendhausleitung irgendwann zu werden? Neben dem Angebot, was natürlich gekommen sein müsste, wurde und auch über diese Problematik Seminare zu geben und zu schreiben. Also ich habe diese Fehler zum Glück nicht alle gemacht, aber natürlich viel beobachtet. Ich bin sowieso jemand, der sehr, sehr gerne Menschen beobachtet und dann darüber nachdenkt, warum das so ist, wie es ist und warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und dadurch, dass ich überhaupt keinen Ehrgeiz an dieser Stelle hatte, sondern es mir einfach nur darum ging, so die Herzenswünsche meiner Kinder herauszufinden und sie darin zu fördern, dass sie diese auch leben dürfen, habe ich bei allen meinen Kindern übrigens gemacht, nicht nur beim Finn, habe ich mich nur darum bemüht, eben zu gucken, ist es das, worauf er wirklich Bock hat? Und ist er da so verrückt, wie man das sein muss, um diesen Beruf machen zu wollen? Und als sich das so klar herauskristallisierte, dass er so verrückt ist und er eigentlich wirklich nur Fußball machen wollte, dann habe ich ihn natürlich auch nach Rat und Tat unterstützt. Aber zum Beispiel keine Analysen gemacht mit ihm oder am Spielfeldrand rumgebrüllt, der Typ bin ich auch nicht. Ich kümel dann so leise vor mich hin, wenn einer meinen Sohn foult. Wird auch schon mal gegen so eine Handlaufstange getreten wahrscheinlich? Nein, das nicht, aber ich bin doch ein sehr empathischer Mensch und wenn jemand so vor mir sitzt, dann muss er schon mal aufpassen, dass er, wenn mein Sohn schießt, nicht meinen Schuh in seinen Rücken bekommt. Okay, so eine. Ja, ich muss mich dann auch immer entschuldigen, es tut mir dann wirklich sehr leid, aber das ist einfach so, ich bin da so mit drin dann, ja. Das ist vollkommen nachvollziehbar, denke ich. Nun war, hat Finn ja in seiner bislang noch nicht so großen, langen Karriere und ist ja auch noch früh in seiner Karriere, ja schon so ziemlich alles durchgemacht, was man machen kann, außer Kreuzbandriss. Ja. Schlüsselbeinbruch, glaube ich, Knöchelbruch, waren die größeren Dinger, glaube ich, und sonst auch alles ausgeliehen werden, von den Ligen her so sich stetig von unten nach oben gearbeitet. Was hat dir das denn über die ganze Fußballwelt neben deiner Tätigkeit im Jugendnachflussleistungszentrum für Einblicke gegeben, wo du sagst, darauf ist definitiv keine Sau vorbereitet? Ja, darauf, dass die Glückssträhne, nenne ich mal so, also die Erfolg oder die Erfolgswelle ganz schnell abbrechen kann, und zwar innerhalb von Bruchteil einer Sekunde, wenn eine Verletzung kommt. Das haben wir halt mehrfach gehabt, einmal auch, als er beim, da war er noch beim HSV in der ersten Mannschaft, also bei den Profis schon, und da sollte er beim DFB-Pokal in der Startelf stehen, und er hat sich am Tag davor, ist er mit dem Torwart zusammengerauscht und hat sich da verletzt, und dann war auch dieses Türchen, was sich da gerade so geöffnet hatte, war dann auch schon wieder verschlossen. Also es kann wirklich, man kann dankbar sein für jeden Tag, der verletzungsfrei läuft, für jeden Tag, wo der Junge fit ist, für jeden Tag, wo er Spaß hat am Sport. Es kann ganz, ganz schnell einen Knick bekommen, aber es kann auch ganz schnell vorbei sein. Das hat man eben auch schon häufiger erlebt, ja. Ja, das ist das, was wir unseren Sportarten auch immer sagen, du kannst einen Plan A haben, also einen Plan haben, dass du bis, sag ich mal, 32 das machst, dann hast du ausgesorgt, dann machst du das. Du solltest aber nach dem Plan A noch das gesamte andere Alphabet haben. Ja. Weil es kann auch sein, dass dir mal ein Torwart im Weg steht, wie bei deinem Sohn. Oder, was weiß ich, passiert, der Verein vielleicht auch pleite geht, was ja vielleicht jetzt auch dank Corona auch noch kommen kann, und so weiter. Oder, ja, du ausgeliehen wirst. Wie hat denn Finn und ihr diese Situation, die ja für alle Sportler immer schwierig ist, dieses Ausgeliehenwerden, das fühlt sich ja immer so ein bisschen abschiebewässig an, erlebt? Ja, da gibt es auch wieder zwei Sichtweisen. Man kann es als Abschieben sehen, man kann es aber auch als Chance sehen, als junger Fußballer sich zu beweisen und auch zu spielen. Also, wenn du in einem großen Verein bist, wo du viele Konkurrenten auf deiner Position hast und du sicher sein kannst, dass du als junger Spieler erst mal ganz hinten stehst und darauf warten musst, dass einer ausfällt oder sich verletzt oder so, das ist natürlich total nervenaufreibend. Und ein Fußballer will Fußball spielen. Und es ist ihm auch völlig egal, in welcher Liga er spielt. Hauptsache, er spielt und kriegt seine Spielzeiten und kann sich weiter profilieren, als dass er irgendwo auf der Bank sitzt, kann dann noch so ein tolles Verein sein. Aber das Eigentliche, was ihn ja ausmacht, nämlich dieses Spielen, das kann er dann nicht machen. Und das will ja kein Fußballer. Insofern war das schon für uns eine Erleichterung, dass er da nach Unterhaching gegangen ist, zumal das auch ein kleiner, sehr familiärer, sehr guter Verein ist. Gerade für Leute haben wir festgestellt, die noch jung sind und da Spielzeiten brauchen und Männerfußball kennenlernen müssen, weil es ja auch ein Riesenunterschied, ob du nur um 19 spielst oder ob du in der dritten Liga spielst im Männerfußball. Das ist ein ganz großer Umstellungsfaktor auch noch. Für uns war das einfach gut. Auch für Finn, dass er mal ganz alleine zwei Jahre in den Süden Deutschlands musste und mit allen Sachen aufs Dorf seine ganze Familie zurücklassen musste. Das war für ihn ein Schritt, wo er sehr erwachsen geworden ist. Also denkst du halt, wie ich ja persönlich auch, dass relativ, also mit 17, 18, 19 um den Dreh rum, mal von zu Hause weg, von der Familie weg, auch wenn es nur von Norddeutschland nach Süddeutschland ist, ist mit Sicherheit eine charakterbildende Sache, von Ausland ganz zu schweigen. Ja, oh ja, das ist es. Aber es kann auch nach hinten losgehen. Also nach zwei Jahren hat er auch gesagt, oh, so nun ist aber auch genug Süddeutschland. Ihm fehlt die Küste, ihm fehlt die Familie und dann wollte er eben auch in den Norden zurück. Aber diese Jahre waren wichtig. Also werden wir den Finn leider nie in Düsseldorf sehen. Im Fußball weiß man ja nie. Ja, ich weiß. Da ist ja dann dieses, was du gerade sagtest, dieser Sprung zwischen Jugendfußball, sage ich mal, also so alle Nachfußmannschaften und Erwachsenen-Männer-Fußball, der kommt ja irgendwann. Und ich weiß auch, der ist riesig, der ist auch in anderen Sportarten riesig. Nur weil du Deutscher Meister in der U19 geworden bist, heißt das noch lange nicht, dass du irgendwo gegen Ball treten darfst, wenn du über 19 bist. Meinst du, da sind Familien und die Sportler darauf vorbereitet durch die Vereine? Weil es gibt ja eine Masse Leute, die sind Nationalmannschaftskapitäne in der U19 und so weiter. Mit dem, ja, quasi Ende der U19 spielen sie dann doch nur Oberliga oder Regionalliga und sind komplett frustriert und landen da meistens auch daran, dass sie halt die Angebote erstmal nicht annehmen, weil sie denken, sie sind zu höheren Berufen als zum Tabellenführer der Regionalliga oder einem kleineren Verein in der Dritten Liga. Meinst du, da sind die darauf vorbereitet? Und wenn nicht, wie könnte man das besser machen? Ich meine, das ist ja auch Interesse von so einem Nachwuchsleistungszentrum. Genau. Also dazu kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Als ich beim HSV gearbeitet habe, haben wir im Nachwuchsleistungszentrum, also bei uns im Internat, gibt es einen Raum, wo man auf die ganzen Trainingsplätze gucken kann. Das ist wie so ein großes Kino. Und dann sitzen da die Jungs immer und gucken so bei den Profis beim Training zu und dann geht das Geläster los und der kann ja gar nicht. Und die sagen, wie kann der nur, der hat überhaupt keinen Sinn. Und dann hatten wir da aber ein paar Jungs, die mitmachen durften beim Training und die hatte ich dann danach auch wieder an diesem Fenster und die erzählten dann, oh, da habe ich versucht, an dem und dem Innenverteidiger vorbeizukommen. Mann, der ist ja sowas von schnell, ist mir nicht gelungen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Die haben dann gemerkt, dass wir sie so von oben sehen, ja, das sieht ja alles irgendwie super einfach aus und da hat er schon wieder den Ball, den Pass versemmelt und so weiter. Aber wie groß der Sprung dann doch ist, das erleben sie halt nur im Erleben selber. Und insgesamt, denke ich, ist es für die größeren Vereine einfach sinnvoll, junge Spieler, von denen sie meinen, sie haben die Perspektive, nach oben zu gehen, mit ins Training immer mal wieder einzubeziehen, mit ins Trainingslager fahren zu lassen, damit die schon mal eingeneutet werden, bevor sie überhaupt da oben landen, was das für ein Sprung ist und vor allen Dingen auch, was das an Kraft bedeutet, sich da oben etablieren zu wollen. Also das würde ich jedem Verein einfach wünschen, dass sie, kannst ja auch schon den 16-Jährigen mitnehmen und dann mal zeigen, oh, hier hängt die Messlatte deutlich höher als das, was du in deiner Bundesliga bis jetzt gespielt hast, als das Jugendbundesliga, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der Profibundesliga, aber dann werden die schon mal gleich so ein bisschen geerdet und kommen nicht irgendwann oben an und denken sich, wow, hier bricht die Welt gerade zusammen, weil ich jetzt doch dann hier erstmal die Bälle schleppen muss und weil ich die Hütchen aufbauen muss und als Letzte in die Dusche gehe und mir als Letzte was zu essen holen muss. Man macht es den Jungs einfach deutlich schwerer, wenn man sie erst dann holt, wenn sie meinen, sie sind da oben schon wirklich richtig gut angekommen. Meinst du denn, ich meine, in Nordamerika ist das so, ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass dieses Hack-Ordnungssystem, da ja quasi schon in der Junior-Highschool anfängt, in der Highschool darfst du das nochmal, dann darfst du das auf dem College nochmal, bevor du es das dann als Profi nochmal durchmachen darfst. Eine Sache, die man vielleicht den Kindern schon früh beibringen sollte oder ist das gut so, dass sie mit der Realität es ganz am Ende konfrontiert werden? Ne, ich finde, also Hack-Ordnung finde ich immer ganz schlimm. Ja, Rangfolge irgendwie sowas. Ich weiß, was du meinst. Also was ich schön finde, wenn Kinder und Jugendliche gleich von Beginn an auch mit einer gewissen Demut unterwegs sind. Die hilft ihnen nachher auch später, wenn sie irgendwann mal vielleicht oben ankommen, kommen sie bei den Profis deutlich besser an, wenn sie mit einer demütigen Haltung da ankommen, als mit dieser großkotzigen Haltung, die ihnen vermittelt wird an vielen Stellen, bevor sie da oben ankommen und dann fallen sie da erstmal hinten über, wie eigentlich so der Hase läuft. Das kann man schon von ganz klein auf schon in den Familien vermittelt bekommen. Also sich richtig gut einzuschätzen, sich selbst wertzuschätzen, aber eben auch nicht zu überschätzen, ist wieder ein Thema, was die Eltern in den Familien legen können. Und sich auch einzubringen und teamfähig zu werden, da wird der Coach dann in der Familie gelegt und in den kleinen Mannschaften, ja. Das mit dem Auftreten, dem, wie du sagtest, ein bisschen großkotzig vielleicht auch schon mal ankommen bei den Erwachsenen. Hallo, hier bin ich, war Torschützenkönig in der U19. Und da sagen alle, so what? Das erlebst du ja immer wieder. Ich meine, manche U19-Spieler fahren dickere Karren als die Leute in der ersten Mannschaft. Und die sind im Zweifelsfall Deutscher Meister oder so. Also, meinst du, es wird in NLZ zu wenig auf solche Charakterdinge wertgelegt? Ich weiß halt, dass in anderen Ländern, wenn du mit dem ARG am G-Fuck ankommst, am Tag, nachdem du deinen Führerschein gemacht hast, dann spielst du auch erstmal nicht. Dann darfst du Kekse verkaufen an die Muttis so ungefähr. Und hier in Deutschland ist das ja, ich sag mal, wahrscheinlich selten so, dass dann gesagt wird, pass mal auf, es ist mir relativ egal, wie gut du bist. Lern erstmal damit klarzukommen, wo du bist und Demut zu zeigen. Weil ja die Muttis bezahlen, dass du nicht spielen darfst, so ungefähr. Ich denke, das kann man auch vorher wirklich gut lernen. Man kann auch, wenn man einen guten Berater hat, so habe ich das zum Beispiel erlebt, dass der Berater dann da einfach auch mal was dazu gesagt hat. Er hat gesagt, ja, du kannst jetzt dir den dicken ARG holen. Aber aus den und den und den Gründen ist das vielleicht, wenn du mal drüber nachdenkst, auch nicht sinnvoll. Und also auch dem Spieler wieder im Gespräch nahe bringen, genau diese Sachen nahe bringen, was eben schlau ist, wie man sich am besten verhält an dieser Stelle und tief stapelt und jetzt eben nicht da großkotzig angefahren kommt. Und da sehe ich auch eine ganz große Verantwortung bei den Beratern und den Eltern, im Gespräch mit den Jungs zu sein und genau das zu vermitteln. Okay, dann machen wir noch einmal Werbung und danach reden wir noch ein bisschen über, was vielleicht in der NLZ auch noch gemacht werden sollte, neben, die können gegen Ball treten und die kriegen irgendwie einen Schulabschluss hin. Bis gleich. Bis gleich. Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies. In der neuen Ausgabe von Swing and a Miss spreche ich über den vorletzten Spieltag der Baseball-Bundesliga. Die Heidenheim-Heideköpfe, die Regensburg-Legionäre, die Bonn-Capitals und die Paderborn-Untouchables stehen schon einen Spieltag vor Schluss in den Playoffs. Ich habe unter anderem mit Bonn-Sportdirektor Florian Nehring über den letzten Spieltag gesprochen. Auf mein-sport-podcast.de Hallo, da sind wir wieder mit Julia Porath, die Jugendhausleitung des BVBs und Autorin zum Thema Ja, wie geht man mit Talenten um, was müssen Talente lernen, was kriegen Talente mit, frei Haus sozusagen im NLZ, was müssen sie sich selber kaufen sozusagen. Dazu fällt mir halt ein, du kriegst halt in einem NLZ, ist ja das Ziel des NLZs, ist ja, wir haben da ein paar Kinder, die spielen Fußball und am Ende konnte die am besten, im besten Fall die nächste erste Mannschaft bei raus, wenn die fertig sind. Das ist komplett hypothetisch, ich weiß, aber das wäre der Optimalfall. Das, was dann am Ende irgendwo oben ankommt und wenn es beim anderen Verein ist, ist ja dann relativ gering. Und nebenbei soll dieses NLZ den auch noch irgendwie eine Schulausbildung geben. Nun ist ja aus meiner Erfahrung mit NLZs, auch in anderen Sportarten, ist so, es ist dann wirklich so irgendein Schulabschluss und nicht der möglichst beste, sondern wird dann auch gesagt, ja machen, machen, keine Ahnung, Hauptschulabschluss und dann wirst du Lagerist und dann ist alles gut. Wenn wir denen dann erklären, als Lagerist später sortierst du Kartons bei Amazon, kannst mir die dann hier vielleicht mitbringen, geht schneller als mit DPD. Aber das ist dein Ziel im Moment schulisch, dann gucken die alle immer ganz doof. Und wie siehst du das? Also ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei vielen anderen bestimmt. Na klar, das ist bei uns auch Thema. Die Schulunlust, die chronische Schulunlust grassiert auch bei uns, liegt aber am deutschen Schulsystem, an dem wir gerade im Augenblick jetzt hier noch nichts ändern können. Es ist für uns ganz wichtig, dass wirklich der bestmögliche Schulabschluss erreicht wird. Auch wenn die Jungs sich ganz häufig dagegen sperren, aber wir versuchen dann eben auch da eine gute Lösung zu finden. Ich bin immer eher ein Lösungsfinder als ein Problemlöser, äh Problemfinder. Und also da versuchen wir wirklich den Jungs es nahezulegen, eben auch tatsächlich das, was am besten möglich ist, rauszukitzeln. Weil es, das glauben sie zwar nicht, aber es ist wirklich die einfachste Geschichte, um auch nebenbei jetzt noch Fußball zu spielen. Wenn sie in eine Ausbildung gehen sollten, ich habe das auch in der dritten Liga erlebt, dann ist es so, dass die tatsächlich in die Ausbildung gehen, Fußball dazwischen schieben am Tag, um dann wieder zurück zu gehen zum Ausbildungsplatz. Und das über drei Jahre, das ist ein enormer Kraftaufwand. Also da sitze ich lieber in der Schule, sechs, sieben, acht Stunden und bekomme damit ein wenig Aufwand, wirklich wenig Aufwand meinen Abschluss und habe dann den Restzeit für Fußball und für das, was möglicherweise auch noch möglich ist. Es ist ja nicht mehr so sehr viel, wenn man so mal den Tagesablauf von so NLZ-Bewohnern mitbekommt. Aber das ist wirklich die einfachste Geschichte, um gut durch diese Jugendzeit durchzukommen. Nun ist das ja, ich meine, falls es mit dem Fußball nicht klappt, ja auch wichtig, einen vernünftigen Schulabschluss zu haben. Und ich glaube halt, wenn du deine Ausbildung, was weiß ich, zum Beispiel als Lagerist machst, bist du ja nicht nur vom Training körperlich platt, sondern vielleicht auch vom Kisten schleppen. Genau. Und das ist ja nicht so gut. Wie siehst du denn die Alternative, und damit dann ja auch den Schulabschluss, für NLZ-Spieler ins noch nicht so bekannte Ausland zu gehen und da noch eine Ausbildung sich zu holen? Zum Beispiel, es klappt jetzt nicht, von der U19, des BVBs, in irgendwas in den ersten zweieinhalb Ligen zu kommen. Muss man ja leider so sagen, die dritte Liga ist ja halb gut, halb schlecht. Ähm, dann zu sagen, pass mal auf, ich gehe, ich mache einen vernünftigen Schulabschluss, also mindestens Fachabi, mache dann diesen Eignungstest und gehe dann zum Beispiel in den USA aufs College, wo ich, wenn ich da so gut spiele wie hier im NLZ, relativ schnell vielleicht auch in der Major League Soccer lande. Wie kommt das bei Spielern an? Oder ist das so, nö, ist ja nur die Major League Soccer, die immer noch die zweitmeistbesuchte Liga in Nordamerika ist? Also ich selber habe damit jetzt noch nicht so viel Berührungspunkte gehabt, so ein oder zwei von den 30, die darüber gegangen sind. Für die war das eine tolle Möglichkeit, da auf Fuß zu fassen. Ich würde das immer jemandem raten, der hier nicht irgendwie den Fußballfuß in die Tür kriegt, raus ins Ausland, ist einmal für die Persönlichkeitsentwicklung grandios, auch für die Sprachmöglichkeiten finde ich es richtig, richtig gut. Natürlich ist es ein großer Schritt, auch weiter zu gehen, ins Ausland zu gehen, aber wann hat man denn die Möglichkeit dazu in seinem Leben? Ganz häufig bekommen die Leute dann mit 25 oder Mitte 20, haben sie dann ihre festen Beziehungen und gehen diesen Weg gar nicht mehr. Ich würde das als riesige Chance sehen, weiter im Leben zu kommen, in meinem Sport weitermachen zu können, auch wenn das jetzt nicht Bundesliga ist. Und trotzdem ist es ja eine wirklich gute Liga da oben. Also den Weg übers Ausland halte ich für einen richtig guten Weg. Neben der Tatsache, dass du noch mit einem paar Jährchen College noch eine vernünftige Schulausbildung kriegst, die du sonst nirgendwo auf der Welt kriegst. Ja. Egal welches College es war am Ende des Tages. Und du siehst, dass dein Leben im NLZ das Paradies war im Vergleich zu so einem College. Oh ja. Ja, natürlich. Also du, da musst du viel selbstständiger sein als hier in so einem NLZ, wo alles dir auf dem Silbertablett gereicht wird. Ja, und der Tag hat auch mehr als 24 Stunden, stellst du dir dann davor. Zumindest musst du das haben, um das alles zu erledigen, was dir da aufs Tablett gelegt wird. Ja. Nun stellten wir ja gerade so ein bisschen in ungewissen Zeiten, nicht nur Corona, was mittlerweile die vierte Frage war, wie war denn Corona für euch bis jetzt, sondern auch andere Sachen, Klimawandel, Spieler organisieren sich, die Leute sind relativ sauer auf die Spieler, die immer den gleichen Kram labern und irgendwie keine Meinung beziehen. Inwiefern wird denn in einem NLZ auch den Spieler nahegelegt, hat man eine eigene Meinung und der auch erklärt, was eine eigene Meinung ist oder welche Meinung okay ist und welche nicht? Das hängt vom Aufwand der einzelnen NLZ ab, wie sie sich mit den Spielern befassen. Also ist es nur eine Aufbewahrung oder ist es ganzheitlich? Und wir streben hier an, jetzt nachdem ich bin ja erst ein Dreivierteljahr hier und dann Corona auch gefühlt erst ein Vierteljahr, wir streben wirklich an, mit den Jungs auch Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Ich habe einige Einzelgespräche führen können mit einem Programm, was ich selber entworfen habe, wo eben genau das auch ein Punkt mit drin ist, dass die Jungs wirklich merken, wer sind sie selber, wie sie sich selber wertschätzen, wie sie andere wertschätzen, wie sie das auch ausdrücken können und ihnen sozusagen die Basics mitzugeben, damit sie als gefestigte oder halbwegs gefestigte Persönlichkeiten in diesem ganz großen Rumme rausgehen können. Ohne den sie, glaube ich, ohne diese Basic gehen sie unter. Gerade im Profifußball, der jetzt in dieser Zeit so läuft, ich glaube, da gehen ganz viele Jungs und Mädels den Bach runter, weil sie eben darauf nicht vorbereitet sind und weil sie von der Persönlichkeit auch noch nicht fest genug sind, um da den Druck und der Konkurrenz und dem Anspruch standzuhalten. Du hast ja im Moment auch noch mit vielen Dingen an Druck neben dem Platz zu tun. Also wie geht es meinen Eltern? Trage ich eine Maske oder trage ich keine Maske? Es blickt ja kaum noch einer durch, wann, wo, weshalb. Deswegen 24 Stunden Maske. Und ja auch diese ganzen Strömungen innerhalb der Gesellschaft, wie versucht ihr denn den Spielern oder wie wird meistens im NLZ den Spielern klargemacht, pass mal auf, du kannst eine Meinung haben, das ist okay. Aber die und die Meinungen sind vielleicht nicht ganz so okay, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass im Fußball, meistens zum Glück in den niederen Ligen, doch die ein oder andere krude Theorie sehr platt getreten wird und sehr hochfähig ist. Meiner Meinung nach könnte man das vorher mal in der NLZ-Zeit verhindern, indem man den Leuten Politikunterricht in der Schule gibt. Ja, oder eben auch so im gemeinsamen Zusammenleben. Also ganz einfach gesagt, wenn die Kinder, und das tun sie ganz häufig, ja Respekt einfordern und sagen, ich behandle mich mit Respekt, dann habe ich letztens auch gesagt, ja, ihr fordert es ein, aber dann erwarte ich von euch auch Respekt. Und Respekt allen Mitarbeitern gegenüber, deren Putzfrau, die eure Flure sauber macht gegenüber, den Köchen gegenüber, die für euch alles Mögliche auf den Tisch zaubern, dem Hausmeister gegenüber und so weiter und so weiter. Es gibt ja viele Menschen, mit denen sie zu tun haben, denen sie Respekt zollen sollen. Für mich ist das ganz wichtig. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, erst mal, wie lebt man das selber vor, als derjenige, der mit den Jungs zusammen arbeitet oder auch lebt. Ich lebe ja auch hier im Internat direkt. Also wie lebe ich das vor? Wie gehe ich mit den Köchen um? Wie gehe ich mit den Putzfrauen um? Mit den Mitarbeitern? Wie rede ich mit den Jungs? Schreie ich sie an oder auch nicht? Mach ich nicht, aber da gibt es ja auch so eine Unseuche. Also dieser blöde Spruch, es kommt aus dem Wald heraus, so wie du reinrufst. Nicht ganz so, ich kann mir sowas immer nicht so ganz gut merken, aber der Sinn ist klar. Also gehe ich mit den Jungs so um, wie ich möchte, dass sie mit mir umgehen? Dann denke ich, können wir eine gute Grundlage legen und vor allen Dingen das Ganze zu kommunizieren. Also nicht immer nur die Jungs machen lassen, sondern sie auch korrigieren. Aber das geht nur, indem ich auch Gespräche mit ihren führe. Ich denke, so auf dem Weg kommt im Ende auch, besser Interviews zu stellen als familiegesund, gut trainiert als okay. Was manchmal auch eine Viertelstunde dauern kann. Und vielleicht auch mal so wirklich so, ich nenne sie immer Mertesacker-Interviews, wo dann auch mal eine Meinung gesagt wird, wie zum Beispiel, wollt ihr, dass wir schön spielen oder dass wir gewinnen? Und dann Spieler, mir persönlich und ich glaube, die ja auch und die ganzen Leute da draußen auch sind, Spieler mit Ecken und Kanten und einer Meinung lieber als zum tausendsten Mal familiegesund, gut trainiert, alles okay. Ja. Und siehst du da auch Trainer so ein bisschen in der Pflicht? Absolut. Trainer auch. Ja, ja. Trainer auch mal die Jungs dann nach dem Training oder am Spiel zur Seite nehmen. Ja, heute ist das und das passiert und da den auch mal klar machen, so pass mal auf, da ist heute irgendwo ein Baum umgefallen. War nicht so gut oder es gibt halt Leute, mit denen solltest du dich nicht zusammentun, wenn du noch weiter aus dem Fenster gucken möchtest. Also da denke ich, sind die Trainer ganz sicher in der Pflicht. Aber auch nicht nur Trainer, du hast ja auch Physios, die an der Seite stehen, Psychologen, die an der Seite stehen, die das alles mitkriegen und denen das aber auch wichtig sein muss und es muss auch vom Verein wichtig sein, dass es eben nicht nur darum geht, hat er sich jetzt verletzt oder geht er nicht rum, vom Platz runter, sondern welchen Anruf macht er? Wie ist es ihm ergangen, als er vielleicht ja einen Ausruf von außen gehört hat oder wie ist es ihm ergangen, als er den Elfmeter verschossen hat oder wie ist es ihm ergangen, als er gefault worden ist oder als er selber so hoch gekocht ist, dass er den anderen umgenockt hat? Also das sind ja alles so Sachen, da kannst du ja auch sehen, wie geht es einem Spieler, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Er hat ja auch auf dem Platz häufig Auslöser oder da geht das Pulver fast hoch, was ja neben dem Platz schon gelegt worden ist. Und das ist einfach ein Augenmerk, was man haben muss, auch auf die Jungs. Ein guter Trainer macht das, der kriegt mit, was Sache ist. Und ein guter Trainer ist auch im Austausch mit den anderen Verantwortlichen, die mit den Jungs zu tun haben, um genau sowas mitzubekommen. Also arbeitet ihr bei Borussia Dortmund jetzt auch mal langsam daran, dass die Spieler nicht nur gut Fußball spielen können, sondern auch eher ein soziales Gewissen haben, soziale Verantwortung übernehmen können, wenn sie es meinen, wissen zu können. Ja. Sich quasi bei der Nationalhymne, die wir hier nicht haben, niederzuknien. Also, ja, nein. Also das jetzt nicht, aber was uns wirklich wichtig ist, ist den Jungen ganzheitlich zu sehen. Und da stecken wir in den Kinderschuhen, wie viele andere auch. Aber wir sehen zunehmend, dass es wichtig ist, da auch dran zu arbeiten und gehen so kleine Schritte mit den Trainern gemeinsam los. Du hast ja auch ein bisschen was dazu geschrieben, zu dem Thema, in buchmäßiger Form, sage ich mal. Die Bücher sind nachher noch in den Shownotes, die Links dazu, da könnt ihr die dann euch bestellen, durchlesen, wie auch immer. Was hat dich denn dazu gebracht, das zu Papier zu bringen, an die Öffentlichkeit zu tragen, ja neben der Tatsache, dass es offensichtlich ein Missstand ist? Also, zum einen haben mich Leute dazu gebracht, weil es ist eben einfach das Thema, was mir auch im Herzen liegt, nämlich, dieses Buch heißt ja Survival, also Volltreffer, Survival Guide für Fußballeltern. Dadurch, dass ich nun diese ganzen Jahre ja mit durchlaufen habe, Höhen und Tiefen und so weiter, habe ich natürlich auch so ein bisschen was darüber zu erzählen. Und auch, habe ich ja gesagt, schon mit vielen Eltern in Kontakt war und im Gespräch war und auch immer noch bin, habe ich halt gesehen, die Unwissenheit von vielen Eltern ist ganz, ganz groß und die Unsicherheit vor allen Dingen ist ganz, ganz groß. Wie gehe ich mit den verschiedenen Menschen und Einflüssen und dem Druck und den Ansprüchen im Profi oder auch im Schul- und Nachwuchsbereich um? Und mir war das einfach wichtig, das, was ich weiß, zu teilen und Hilfestellung zu geben für Eltern, die Hilfe suchen. Und dann hatte ich gute Freunde, die immer wieder, oder auch Familie, die immer gesagt haben, man muss das mal aufschreiben oder jeder macht das mal, schreibt das alles auf, dann hilfst du den Eltern an dieser Stelle. Und so habe ich mich dann irgendwann, als ein bisschen freie Zeit da war, hingesetzt und das ganze Ding zu Papier gebracht. Ja, ich gebe deinen Bekannten da vollkommen recht. Als ich mich mit dem Buch auseinandergesetzt habe, hat man mich gefragt, ob ich Nackenprobleme hätte, weil ich die ganze Zeit genickt habe. Weil mir kommt das alles bekannt vor. Ich bin jetzt keine Fußballmama, kein Fußballpapa, sondern im Prinzip der böse Berater sind wir als Agentur. Und das kam mir alles so bekannt vor. Also von schreienden Eltern bis Eltern, die schon den nächsten Maradona da auf dem Platz rumfliegen sehen. und es ist halt die Wahrheit sozusagen. Und kann ich damit jedem angehenden Fußballpapa-Mama nur empfehlen. Vielleicht auch den Kindern, vielleicht sehen die sich auch selber mal in dem Buch und können damit Mama und Papa das Leben doch ein bisschen leichter machen. Weil, wie du ja auch sagtest, und das sehe ich ähnlich, das ist ein Zusammenspiel aller Kräfte. Also der Familie, des Kindes, mit wem das Kind sich umgibt, Trainer, Physio, der Typ, der mit der Nagelschere den Rasen schneidet, was weiß ich. Ja, und ich finde das gut, dass ihr da in Dortmund das jetzt zwar weitermacht, aber doch wieder sucht, ein bisschen in die richtige Richtung, eine andere Richtung zu schieben. Und dass da Charaktere rauskommen und nicht nur Austauschbare gegen den Balltreter, sage ich mal. Finde ich sehr gut. Wir unterhalten uns damit auf jeden Fall nochmal über so Sachen in der Zukunft, wenn man mehr sehen kann, was bei euch hinten rauskommt. Da kommt ja irgendwas bei euch hinten raus, hoffe ich. Ja. Sonst wäre so ein NLZ ziemlich für den Eimer, wenn die alle irgendwie zum SV Werl gehen oder sowas. Oh. Was hast du denn noch, würdest du denn noch gerne unseren Hörern mitgeben? Ja, ich würde gerne einfach ganz laut mal über die deutschen Fußballplätze Entspannung rufen. Also ich erlebe überall diese Anspannung, diese, ja, die Leute wollen natürlich ihre Kinder weiterbringen, aber je mehr ich da reinrieche, umso mehr erlebe ich, dass es eine irre, Erwartungshaltung da ist von Eltern an ihre Kinder und eine irre Erwartungshaltung von Eltern an die Vereine und an die Trainer, dass sie aus diesen Kinden das Nonplusultra machen und die Sorge, nicht den richtigen Schritt zur richtigen Zeit zu machen, also bitte, bitte, einfach nur Entspannung, das ist das Allerbeste, was man machen kann. ganz gelassen dem Kind, den Fußball mit Spaß erhalten und dann gucken, was sich da ganz natürlich daraus entwickelt. Sehr schön, finde ich nämlich auch. Also ohne Flachs, es ist sehr unentspannt auf Deutschlands Fußballplätzen. Ja. Dann, ja, Julia hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr gutes Thema, wir reden da auf jeden Fall nochmal drüber. und viel Spaß dann noch im NLZ vom BVB. Ja, danke. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschau. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren. Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden? Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent. Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders. Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Der Big & Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf mein-sport-podcast.de Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren. Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden? Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent. Wir sehen die Welt danach anders. Wir sehen Beziehungen danach anders. Wir sehen uns selbst auch anders. Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Papa la Punk, Papa la Punk, Papa la Punk. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrein. Wie funktioniert eigentlich Labelarbeit auf ganz kleiner Ebene? Wer sich das schon immer gefragt hat, sollte die neueste Folge Papa la Punk einschalten. Da spreche ich mit Markus von Pauli Punker Records. Er erzählt die Geschichte hinter seinem Label und warum man irgendwie positiv bekloppt dafür sein muss. Auf meinmusikpodcast.de